So, aber ich habe zwei Herzteile bekommen. Das ist ja schon mal ein guter Schnitt, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. So. Zauberwald. Ah ja. Achtung, unfreundliche Moblin zu kehren. Ich muss noch in den Zauberwald. Das heißt, das ist der richtige Weg. Zauberwald. Und da ist nochmal die Eule. Die nervige Eule. Uhu, willkommen im Zauberwald. Du wirst diese geibnisfölle Unsel auf keiner Karte finden. Stelle dich der Aufgabe, den Träumlern zu wecken. Denn solange der Windfisch schläft, kannst du sie nicht verlassen. Warst du übrigens schon am Wohnpalast im Süden des Dorfes? Du findest den Schlüssel zu jenem Ort hier in diesem Wald. Der Windfisch beobachtet dich. Okay, ich werde beobachtet. Kein gutes Gefühl. So. Das kann man nicht auf der Karte sind. Ja doch, kann ich doch hier. Oha. Hallo. Aha. Oh yes. Oh yeah. Fünf Rubine. Okay, dafür bin ich noch zu schwach. So, da ist ein Schleim. Aber das ist eine Tour, okay. Also ich muss schon bemerken, ähm, sobald ich die Steine anheben kann, kriege ich da die Kiste. Waschbär, meine Waschbärnase ist äußerst sensibel, was Staub betrifft. Okay. Hey, du wirst dich verlaufen. Ich sorge dafür. Hey, verlaufen. Oh. Kann ich da nicht lang? Nee, Moment. Ich bin doch jetzt woanders, oder? Oh no. Du hast einen Teil der Macht erhalten. Spürst du Energie? So. Jetzt habe ich wieder so ein Buff. Oh, damit bin ich jetzt stärker. Okay. Oha. Cool. Okay. Verstehe. Haha. Da geht's rein, aber ich wollte kurz mal gucken, ob ich das noch ausnutzen kann. So. Wie krieg ich die hier? Erledigen. Oh, ich krieg ganz viele Rubine. Geil. Okay, das war's schon. Na gut. Achso, genau. Von hier kam ich, genau. Da ist der Waschbier. Okay. Das wäre noch der Weg gewesen, den ich noch nicht lang gegangen bin. Okay. Verstehe. Vorsicht bei den rissigen Steinbodenplatten. Einsturzgefahr. Okay. Okay. Verstehe. Da komme ich noch nicht rüber. Okay. Dann ging's auf jeden Fall einmal in diesen Baum... Oh, ein Herzteil. Cool. Okay, hier ist schon das nächste Gebiet. Naja. Ups. Dann gehe ich mal kurz in diesen Baumstumpf rein. Mal gucken, was da ist. Oh, der Rasen wächst aber schnell nach, ne? Geht's auch nochmal ein. Sehr lang. Ah, eine Fee. Hallo. Große Fee. Dir geht's ja noch ganz gut. Komm zu mir, wenn du denkst, dass du... Achso. Ich glaube, ich kann mich hier einfach nur heilen. Okay. Normalerweise bekommt man coole Sachen von der Fähre. Na gut. Okay. So, erstmal zum Baumstumpf. Und die spawnen ja recht schnell nach, echt. Das ist ja krass. Ich hab wieder die Schutzeiche. Okay. Aber ich wollte eh hier rein. Okay. Okay. Achso, jetzt sehe ich gerade. Okay, aber die kann ich... Doch, die kann ich entfernen. Das ist natürlich cool. Aber ich kann die nicht wegmachen, ne? Okay. Ach doch, ich kann die verschieben. Dann muss ich nochmal kurz zurück und mir, äh, die Kiste holen. Achso. Gleich hätte ich mal... Oh Gott, oh Gott. So. Aha. Uh. 50 Rubine. Geil. 127 Rubine. Äh, 200 hat, glaube ich, das Herz der gekostet, ne? So, das muss ich mal kurz überlegen. Ich möchte an das Herz tragen. Wie muss ich die denn dann verschieben? Geht das überhaupt? Also, ich kann den nach links verschieben. Ich spürte den links. So. So. Ah, ich kann die noch nicht. Okay. Hier macht's keinen Sinn. Okay, dann kann ich erst da lang, wenn ich das hier hochheben kann. Na gut. Muss ich mir merken. Aber Moment mal. Ähm. Erinnerungen. Nee, alles nicht. Oha. So. Ein Pilz. Das ist ein Pilz-Gipfleck. Er verbrettet ein fauliges Aroma. Okay. Interessant. So, darüber komme ich nicht. Das war's hier schon. Okay. Ich dachte, es gibt halt die, äh, Option, ähm... Hier die Erinnerungen, ne? Wahrscheinlich, okay. Ähm. Ich muss jetzt mal hier zurück. So. No. Da hab ich nicht aufgepasst. Okay, aber dann, ähm... Ist ja, glaub ich, klar... Oha. Wohin ich muss. Ich muss hier nach oben. Ah, Teil der Macht wieder. Sehr gut. Sehr gut. Okay, mit dir. So, genau. Über die Löcher komme ich nicht rüber. Au. Das war ja nicht so smart von mir. Oh, hier ist eine Höhle. Ich geh mal direkt da rein. Mhm. Es hat eine Schlummermorchel dabei. Ich werde daraus etwas Feines machen. Oh. Oh. Lustig. Oh, was ist das? Das Pulver ist fertig. Es kann es gleich mal in der Hütte ausprobieren, aber nicht verschwenden. Du hast Zauberpulver erhalten. Okay. Dieses mysteriöse Pulver besitzt Zauberkraft. Ah, es kann Gegner mit den Zauberpulver bestäuben und schauen, was passiert. Hat es keines mehr, bring es mir ein paar Pilze. Dann gebe ich ihm wieder etwas davon. Ah. Findet es keine Pilze, verkaufe ich ihm etwas von meinen Meistbeständen. Okay, ich verstehe. Wie viel kostet das denn? 50 Rubine. Krass. Oder halt ein Pilz. Verstehe. Okay. Einfach zum Ausprobieren? Ah ja. Okay. I see, I see. Man muss Teich und Trann-Todes-Reform-Haus. Okay, aber da komme ich jetzt nicht lang. Und da komme ich auch nicht lang. Wo muss ich denn hin? Ah, guck mal. Da oben links. Staub! Oh mein Gott. Ich erinnere mich. Der Waschbär ist allergisch gegen Staub. Ja, dann ist ja klar. Dann muss ich zu ihm hin und ihn einsteuben. Ich glaube, das war hier links, ne? Genau, da ist er. Komm, ist er. So. Haha. Ach, das ist Tarin. Tarin? Tarin. Nachdem ich den seltsamen Pilz gebissen habe, musste ich vorhin geschlafen sein. Im Traum war ich ein Waschbär. Das war lustig, sage ich dir. Du hättest mich verfolgt, oder? Hm, nee. Kinder bin ich kaputt. Ich ruhe mich erst einmal aus. Später gehe ich nach Hause. Okay. Aber das heißt, ich kann jetzt hier lang. Weil er kein Waschbär mehr ist. Ein Schlüssel. Der Wurmschlüssel. Jetzt kann ich in den Wurmpalast. Cool. Cool. Sehr schön. Juhu. Nimm diesen Schlüssel. Geh damit zum Wurmpalast und suche dort nach einem Musikinstrument. Der Windfisch wartet. Juhu. Okay. Jetzt kann ich in den Wurmpalast. Das ist doch gut. Aber erst mal gucke ich nochmal hier, was hier ist. Schleimrumpfzauberwand. Würde es Sinn machen, hier was zu machen. Was hier? Deine Telefonzelle. Tut, 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 ja. Hier Ulria. Ich sag mich alles, was diese Insel betrifft. Ruf mich an, wenn du mal nicht weiter weißt. Ah, okay. Das gibt also uns Tipps. Ich verstehe. Gefahr, betreten verboten. Außer für Komit. Gut, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal straight in den Wurmpalast. Das Gameplay ist echt cool. Also das mit dem Schild und dem Schwert funktioniert echt gut. Das macht Spaß. Macht echt Spaß. Muss ich sagen. Und bis auf die kleinen Mikro-Ruhkleid, wenn man ein neues Gebiet betrifft, läuft es auch leicht flüssig. Was aber halt echt peinlich ist für die Switch, ne? Just saying. So, ich glaube, das war irgendwie hier, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ah. Oder? War es richtig? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, genau. Da ist der Wurmpalast. Genau. Ich bin richtig. Jetzt hier. Genau, da ist er. Tadam. Öffnen. Haha. So. Das ist ja ganz schön der erste Tempel, ne? Wenn man das so sehen möchte. Ich glaube schon. Wurmpalast. Naja. Okay. Verstehe. Ist ja ganz niedlich. Hey. Uh. Eine Kiste. Ein Schlüssel. Gut. Damit lässt sich fast jedes Schloss öffnen. Okay. Aber die welchen hier aus. Ist ja unfair. Aha. Aha. Frech. Ganz frech. Und die nächste Kiste. Sehr schön. Die Karte. Labyrinthkarte halten. Oh ja. Oh. Das ist ja ganz schön groß. Okay. Krass. Hier was machen. Was ist das hier? Ha. Lustig. Ich glaube, die tun weh, diese Elektrik-Dinger hier. Oh Gott. Greift der Wurm mich an? Yes. Noch den Schlüssel. Okay. Gut. Sehr gut. Ah ja. Das war's schon okay. Also wenn ich die alle... Wenn ich alle Gegner erledige, kriege ich eine Belohnung. Good to know. Ein roter Rubin. 20. Ah. Rot waren 20 Rubine. Stimmt. Und I remember. Oh. Oh mein Gott. Guck mal. Hier ist ein Schlüssel. Ein Schloss. Okay. Was ist jetzt hier Sachen? Hier muss ich einfach nur durchkommen irgendwie. Ich verstehe. Direkt hier noch so ein Wachtring. Lustig. Und hier ist eine Eule. Die Statue sagt etwas, aber ohne ihren Schnabel verstehst du sie nicht. Okay. Achso, ich komme hier gar nicht. Weiter. Habe ich was übersehen? Nee. Komisch. Okay. Dann ging es da hier nochmal weiter. Okay. Alles klar. Hey und hier bin ich wieder. Okay. Genau. Hier ging es nochmal nach links. So. Jetzt kurz. Und jetzt. Und jetzt.